Es passiert kaum was bis zur Nachspielzeit. Insgesamt sechs Minuten gibt es beim Duell der Zweitligisten obendrauf. Der eingewechselte Weidand behauptet den Ball. Weidand, Ernst ebenfalls eingewechselt auf Maximilian Bayer. 2 zu 0. Bayer, wie er trifft und lacht. Hannover kämpferisch überzeugend und im richtigen Moment zur Stelle an diesem Abend. 2 zu 0. Bayer, wie er trifft und lacht.